hier komm hey generier mich nicht dein guter Junge dein brauer Junge dein guter Junge dein guter Junge viel Spaß Gegenstand nö ach das meint die Mitbewohner die Samen ich ähm ok ich hab nichts gesagt er geht so eine Düsternis da hinten zusammen für dich keine Bewohner na ich hätte es jetzt zumindest anders definiert ich dachte die meinten so Tierbewohner nicht ganz so tja naja 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 dann gucken wir gleich mal was die Brücke da haben will wahrscheinlich wieder tonnenweise Steine so 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 tonnenweise tonnenweise 30.000 Steine tada tada katze tada katze was ist das für ne Zitter eben Steinbrücke ja die wollen bestimmt wieder 30.000 Sachen tada tada jup jup tada jup 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 tada Okay. So. Oh, was ist denn hier? Wo ist denn hier? Boah, wo ist denn hier? Du kannst sagen, dass kein Schluckauf mehr kommt, seit er immer zusammen weg ist. Nein, der Schluckauf will nicht mehr. Er ist deprimiert. Nee, alles gut. Punge. Punge. So. Wir sind bald da. Ich warte kurz gucken, was die beiden besagen, 65%. Okay. Okay. Und jetzt? 69%. 70%. Und schon 85% glücklicheres Land. So einfach kann man das Land glücklich machen. Mal pflanze einfach ein paar Bäume. Guck, schon 87%. Ich wollte mal noch wegen dem Hof gucken. Komm schon, lass mich rein. So, wo muss ich denn hin? Ich guck mal hier. Ich guck mal hier. Hm. Da wollte ich nicht hin. Warte, warte, lass mich wieder rein. Lass mich rein. Drecksding. Dann probier's mal hier. Lass mich rein. Ja. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin hier raus. Dankeschön. So. Falsche Richtung. Toll. Das war aber wieder richtig gekonnt. Orientierung. Was ist denn das? Wo war das? Essen. Ja, vorne ist es hell. Da geht's raus. Freiheit. Wo muss ich da? Geradeaus. Okay. Okay. Geradeaus. Ist ein Dorf. Und ich glaube, es ist das, was ich gesucht habe. Guten Tag. Hey, du. Yo. Okay, 650. Check, 150. Er will auch viele haben. Hier, guck mal, Ruxa. War nicht mehr so viel auf einmal. Hier, noch ein Gewürz dazu. Passt. Du da. Uh, er hat ein paar Baumsamen. Das nehme ich auch noch dazu. 120. 120. 120. 120. Jo. Oh, ne, waren 112. Ach, egal. Okay. Zurück ins Eisgebiet. Nein, nein, nein. Vielleicht schaffen wir das dann auf 85%. Äh, 95. Oder so. Ja, die finden das toll, wenn es bei meinem Hof besser geht. Wie komme ich denn jetzt da nochmal rein? Wer weiß. Hm. Ich bin schon eben rausgekommen. Wer weiß. Tadam. Hey. Ah, ich glaube hier. Jo. Tadam. Hier doch. Oh, das ist gar nicht so schlimm. Und um. Hallo, mir ist der Gesicht. Oh, Entschuldigung. Ich bin auf den Tisch getreten. Und schnell da rein. So. Auf zu meinem Feld. Also, ich nehme dich direkt mal mit. Ich habe ja einen Stall. Kannst du da direkt rein? Jetzt komm schon. Ein gutes Wurzen. Komm hier. Ah, das ist kompliziert zu gucken. So. Okay. Dann. Hoffe ich dir das noch da. So, mehr oder weniger. Hey, ich war nicht fertig mit dir. Komm hier. Geht doch. So. Ich kann aber mit dem Ding da reden. Und bauen. Ich hoffe, der passt da rein. Hey, Wurzen. Komm mal her. Guck mal. Guck mal. Guck mal, wir sind hier nicht einziehen. Ja, nein. Vielleicht. Nö. Ist zu groß. So gut. Ich habe noch einen großen Stall. Schaff und Freund. Ja. Ich habe nichts mehr, um dich zu füttern. Nö. Äh. Verdammt. Ganz klasse. Ganz klasse. Ganz klasse. Oh, da ein paar Blaubeeren! Tada! Oh. Kommt hier nicht noch Schneefüchse oder so? Warte mal! Warte, 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 warte. Stopp! Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Dann halt du. Ein gutes Woutzen. Oh, komm mit! Komm mit auf mein Feld! Komm mit! Auf das Feld! Komm! Komm her! Okay, komm her! Ja! Geh doch! Siebenundachtzig Prozent! Es kann so einfach sein! Oh ja! Hi du! Komm her! Foxy! Foxy, Foxy, Foxy! Foxy, 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 Foxy! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Und schon! Tada! Tada! So. Schlechtaufbewertung. Keine Tierpflege. Nee, nee, nee. Äh, könnte ich was herstellen? Nee, ne? Kleber, ein Schreiner-Set für das Kleber. Für das Kleber brauch ich Wasser. Für den Wassertropf brauch ich Kleber, irgendeine Menge Wasser und Holzplatten. Ach, die Nägel wollte ich gar nicht herstellen. Holzplattenöl, Kleber, ein Schreiner-Set. Ach, Mann. Kann man bestimmt auch noch eine andere Wasserschüssel herstellen, oder? Was braucht die denn? Wasser und Eisenwaren. Oh, ich glaube, das könnte ich hinbekommen. Eins. Zwei. Konstruktion-Set und zweimal Wasser. Ach, falsche Taste. Ah! Eins. Es reicht gerade so. Es reicht gerade so. So, dann. Ich hätte gerne den Wassertropf. Ja. Und ich hätte gerne... einen Wassertropf. Boom, Tierpflege. Ich bin nur bei 87%. Schade. Weißt du, ich habe... mein Feld auf 50 hochgepusht. Es interessiert einfach nicht. Es interessiert einfach nicht. Ich habe... Ich habe... ein Wecker. Gar nicht gelohnt. Der Zitterhof ist nicht populär genug. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee, nee. Geschnüch. Sieh um. Verschwinde. Wer die Weiten des Maules ist, die des Gesichts. Und dann... Keine Ahnung. Das müsst ihr gleich ausmachen. Ähm... Da, da ist schön grün. Also, wenn man merkt, man hat hier viel, 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 viel zu tun. Oh, der führt mich nur dahin. Komm nicht. Das finde ich düh. Oh, guck mal. Es geht sogar. Hier ist noch diese eine Seite. Ich kann gar nicht rumscrollen. Zurück herstellen. Naja, aber ich habe keinen Tontöpfe gehabt. Schade. Mit Tontöpfen wäre alles viel einfacher. Volle Richtung. Mal wieder. Das würde ich jetzt irgendwann lernen. Haha, niemals. Wäre viel zu einfacher. Rep. Karte. Das ist ganz anders gut. Schabe. Oh, ich kann ja noch ein paar Bäume pflanzen. Meine Pflanzen. Ja, der Land geht's schon dir. Besser. Glaub ich nicht, aber hey. 93% Quest. Ich sehe hier. Ach, der da. Ja, schwierig, ne? Ich weiß nämlich nicht, wo seine Mannschaft ist. Weißt du es einfach nicht. Kannst du speichern? Äh, speichern. Und es fehlen nur noch zwei von den Badgees. Gut, bei dem einen hier. Ich bräuchte noch Tontöpfe. Welche ich hier herstellen könnte. Das wäre so schön. Da bräuchte ich halt, ähm, wahrscheinlich. Ton. Wer hätte es gedacht. Und Wasser. Ich brauch ne Menge Wasser. Und Öl. Farbstoffel. Ich brauch für alles irgendwie so einen Tontopf. Wenn er einfach keine herstellt. Dann hast du dich prozent schon. Du bist gut vorangekommen. Danke schön. Danke schön. Äh, wo bin ich? Ah, ne. Da war der noch. Da, 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 da. Da, 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 da Ja, dann bedanke ich mich für das Zuschauer dabei sein. Freue ich ja nochmal. Wollen wir euch noch einen schönen Abend? Eine gute Nacht, Schlachtrund? Dankeschön. Träumt sich von diesen Kätzchen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschaui.